Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute machen wir die Twister... Habe ich die gehauen? Ja, machen wir die Twister Challenge. Ihr kennt ja bestimmt alle Twister. Ich fühle mich hier auch ein bisschen wie so ein Kindergewurzstag. Ich finde es voll witzig. Wir müssen, ne, Rädchen drehen, dann dementsprechend rechte Hand auf blau legen und so. Und die Person, die am öftesten umfällt, die muss am Ende einen richtig ekligen Drink trinken. Eine Mischung aus Ketchup, Tabasco, Sauerkraut, Saft, Energy, ne. Ihr wisst, das wird witzig. Fangen wir direkt an. Ich muss meinen rechten Fuß auf blau stellen. Okay. So. Ready. Deinen rechten Fuß auf blau nehmen. Der rechten Fuß auf blau. Ja, und du darfst dich nicht mehr bewegen mit dem Fuß. Bis dein Fuß... Meine rechte Hand auf gelb. Was ist das hier? Scheibe. Deine linke Hand auf blau. Linker Hand auf blau. Genau. So. So. Mein rechten Fuß aus grün. Okay. Können wir ja immer nicht mit. Meine rechte Hand auf rot. Okay, noch ist alles möglich. Ich darf nicht umkippen. Wie drehen wir denn eigentlich jetzt? Wenn wir dann nicht... Rechte Hand auf grün. So. Mit dem Fuß. Wie... Nee, du darfst eine Hand lösen. Verdienst. Muss ich jetzt um? Ja. Positionieren? Ja. Rechte Hand auf blau. Blue. Rechte Hand auf blau. Oh Gott. Alles noch machbar. Hä? Hab ich doch. Also, Rechte Hand auf blau. Rechte Fuß auf grün. Bin ich, ne? Ja, musst du trotzdem umändern, wenn ich... Oh Gott. Schau mal die Hand Richtung. Richter Fuß blau. Ist schon. Also... Muss ich... Linker Fuß gate. Okay. Hast du den schon oder... Hast du ein anderes Gate? Nee. Ich hab noch gar nichts mit dem linken Fuß. Linke Hand blau. Blau. Okay, dann komm ich zu dir. Hallo. Hallo. Du auch hier? Ja. Das ist ein Zufall. Rechte ist das Rot. Das ist der hintere, ne? Ich bin durch. Was ist das? Linker Hand blau? Äh, ja. Ja. Easy. Guck, ich hab selbst hier Pech und du hast hier glitt. Ey, wirklich. Rechte Fuß blau. Sieht gut aus. Was heißt das? Linker Fuß rot. Ja. Das passt doch. So. Rechte Hand rot. Das bist du, ne? Das bist du, ne? Ja, ne, das bin ich. Dann bin ich dumm. Hä, wieso? Alles gut. Nein, jetzt. Egal. Rechte Hand. Girl. Also, wir müssen jetzt erstmal... Also, die Füße sind fies. Boah, das war geschmeidig hier. Mir geht's gut. Linke Hand gelb. Langsam ist alles belegt hier, ne? Soll ich mal jetzt nach vorne gehen? Das wär halt fies. Aber dann geh ich dir in die Quere vielleicht. Was ist denn bei? Einer von uns muss fallen. Oh, das ist ziemlich unbequem. Rechte Hand auf gelb. Ach, scheiße. Nein! Das ist nicht dein Ehren. Nein, ich komm. Das war ja mein Plan. Warten. Okay, das muss ich aber jetzt erstmal lösen, ne? Wie soll ich das denn halten, Mann? Hast du gefallen, oder nicht? Ja. Aber ich jetzt Punkt, oder? Ja. Also, lösen wir jetzt? Nein! Du spielst weiter. Aber ich muss jetzt kurz irgendwie lösen. Ja, das löst kurz. Ich komm nicht mehr weg. Hier lösen wir auch nicht ab, oder? Nee. Noch gar nicht. Nee, ich muss jetzt... Oder dann gucken, was kommt jetzt. Linke Hand blau. Ich bin ja von da. So, linke Hand blau. Und dann mach ich mir erstmal bequem. Linke Hand? Blau. Nee. Das geht doch. Nee. Ah, das ist die linke Hand? Ja! Das ist meine linke... Ah, nee, ey. Oh, shit. Rechte Hand muss rot. Okay, das noch ist nicht machbar. Ja, komm. Guck. Hm. Wie siehst du das jetzt nicht? Richter, richter und grün. Ey! Nee! Ach, mein Arsch zieht richtig. Oh Mann! Ich will nicht mehr. Linker Fuß. Rot. Weil er... Genau. Ich halte mal den Arsch in die Kaube. Linke Hand blau. Ach nee! Ich will nicht. Aua! Ich möchte nicht mehr. Rechter Fuß grün. Rechter Fuß. Was machst du denn da hinten? Jetzt hab ich schon zwei Minus-Punkte. Ach nee. Warte mal. Ja, das zählt nicht. Guck mal nach hinten. Was machst du da? Guck mal, ich kann doch nicht hier so stehen. Ich hab auch sehr lange gebraucht, um es so zu machen. Linker Fuß rot. Nee! Nee! Ehrlich? Echt? Mein linker Fuß? Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Hä? Ah ja, das ist dein linker Fuß. Aua! Ich komm nicht klar in meinem Leben. Och man. Das ist grün. Rechte Hand grün. Rechte Hand grün. Ah. Rechte Hand grün. Rechte Hand grün. Rechte Hand grün. Ja. Jetzt guckt du das Glück. Ja. Ich hab nur Pech gehabt. Ich bin zweimal gefallen. Rechte Hand blau. Oh man. Linker Fuß rot. Linker Fuß grün steht da. Ja. Also grün. Ja. Also grün. Grün. Hä? Das war auch rot. Da steht grün. Nein. Okay, warte mal. Wie soll das gehen? Das ist hier durch. Linker Fuß gelb. Habs. Habs. Ja. Ich muss irgendwie die dran kommen. Erstmal zu mir. Drehen. Rechter Fuß gelb. Kann ich das hier schlau machen? Ja. Rechte Hand gelb. Hi. Es tut mir so leid. Rechte Fuß rot. Rechte Hand. Rot. Rechte Hand. Oh Gott. Linker Hand blau. Ich hab die andere was blau gehen sollen. Rechte Hand gelb. Nein. Alles gut. Oh Mann. Das ist doch kacke. Ja. Alles gut. Ich hab vergessen wo ich war. Ich war hier. Ne. Ich war. Keine Ahnung. Habs wirklich vergessen. Ist egal. Ja. Mach ja irgendwo oder? Ja. Glaub ich. Also. Kann ich mehr. Rechte Hand rot. Ne. Bitte Fall einfach. Wie kann ich denn hier. Rechte Hand rot. Bitte sag. Rechte Hand. Rechte Hand grün. So. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann das sonst hier immer lösen. Was ist das? Rechte Hand blau. Rechte Hand blau? Ja. Sicher? Ja. Oder rechte Fuß rot. Rechte Hand blau. Bitte. Boah. Ich geh ins Knie. Ja. Schlimm. Rechter Fuß. Grün. Grün. Ach Gottchen ey. Rechter Fuß geht. Hey. Das geht nicht. Ne. Ne. Wie soll das gehen? Guck mal. Sehr akrobatisch. Bitte Fall auch mal. Oh. Das geht auf die Linke. Der rechte Fuß bläu. Ne. Es war links. Cool. Ja. Wow. Nein wirklich wirklich. Rechte Hand rot. Ist gut. Oder? Kannst du für mich drehen? Komm. Kann ich. Kann ich denn? Kann ich denn? Wieso? Rechter Fuß blau. Wie kann das nicht? Kann das nicht. Kann das nicht. Pfff. Sieht gut aus. Ich darf. Meine Knie nicht ablegen. Krass aus. Rechte Hand gelb. Rechte Hand gelb. Rechte Hand gelb. Bitte. 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 Rechte Fuß gelb. Ich bin auf gelb. Ach nee ey. Soll ich ihn jetzt. Soll ich ihn jetzt. Jetzt kurbe. Es geht nicht. Ich kann meine Hände nicht lösen. Es zieht richtig weh. Es zieht richtig weh. Aua. Es zieht richtig weh. Aua. Aua. Es zieht richtig. Ja. Gefallen. Es hat richtig weh. Aua. Bei mir zieht es hier richtig. Aua. Aua. Oh mein Zeh. Okay. Ähm. Da ist. Das riecht schon. Da ist. Sauerkraut. Ketchup. Mayo drinne. Dann richtig viel Tabasco. Dann Hafermilch. Was war da noch drin? Kurkuma Pulver. Da ist wirklich alles zusammengewürfelt drin. Und ich bin kurz vor dem Zusammenbruch. Hältst du schön aus mir? Ja. Ich trau mich wirklich nicht. Willst du einfach riechen? Das hältst du doch nie aus. Oh, der ist geschluckt. Boah, krass. Jetzt habe ich Respekt vor dir. Du hast geschluckt. Aua. Sie hat sonst immer alles ausgespuckt bei den Ekel-Challenges. Ohne Worte. Das war... Also es hat ekliger genommen alles, was wir bisher in den Ekel-Challenges hatten. Aber auch ekliger geschmeckt. Das glaube ich. So, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat. Lasst mir einen Like da. Abonniere diesen Kanal. Und nichts mehr zu verpassen. Denn jeden Donnerstag und Sonntag um 14 Uhr kommt ein neues Video online. Folgt ihm auf Instagram. Folgt mir auf Instagram. Da heißt ich Lobelli. Ich verlinke alles in die Infobox. Aktiviert die Glocke, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet. Oh mein Gott. Aktiviert die Glocke, wenn ihr jedes Mal... Wow. Es ist mir leid, dass ich so gedrängt habe. Aktiviert die Glocke, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet. Wenn mein Video online kommt. Weil die Videos sind immer voll cool. Ja. Und sollten wir das Rezept in den Kommentaren posten? In den Kommentaren, in den Infobox. Hat mega geil geschmeckt. Solltet ihr alle mal probieren. Ja, das ist ein einzigartiges Erlebnis. Ja. Genau. Je öfter, je länger ich rede, desto mehr kommt der Geruch und Geschmack wieder hoch. Egal. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao Freunde. Have fun. Ja.